Norddeutscher Rundfunk 2021 Und ja. Dabei soll ich jetzt irgendeinen Scheiß erzählen? Ja, noch mal. Also jetzt einfach irgendwas erzählen? Ich hab's vergessen. Also noch mal den Text kurz. Hallo, Mama. Wie ist die Frage jetzt? Hab's wieder vergessen, oder? Ja. Hallo, Mama. Hallo, Mama. Völlig durchhanden, ne. Das war falsch. Und ich rede dann jetzt einfach mal irgendeinen Scheiß, ne? Genau. Was meint Erwin bloß? Ja. Habt ihr vielleicht eine Ahnung, wo Erwin sein könnte? Habt ihr eine Ahnung, wo... Oh. Oder so. Und jetzt ein bisschen Scheiß reden. Wisst ihr vielleicht, wo Erwin ist? Nein, das war scheiße. Ich hab er gesagt. Sehr, sehr. Oh, cool.